heute holen wir den neuen Tesla an. Modell Y, 59.800 und ein paar zerquetschte, inklusive Steuern, Dollar und hat 330 Meilen Reichweite, also Long Range und das ganze gute Stück, sieht von drinnen so aus, werde ich hier gleich begrüßt. Enttäuschend, so sieht er von drinnen aus. So sieht er hinten aus. Wir haben ganz normales Auto, der riecht. Oh, guck mal, das Dach, das ist der Hammer. Panorama-Glasdach komplett durch. Kofferraum, ich warte jetzt noch auf die Übergangskennzeichen. Kofferraum ist ein bisschen klein, da hinten hat man nochmal so Notsitze. Da muss man die anderen Sitze dann aber weiter nach vorne machen, aber die kannst du umklappen, so dass du noch einen größeren Kofferraum hast. Das kannst natürlich dann auch umklappen. So, da oben seht ihr auch nochmal das Dach. Versicherung für das gute Stück. Hier holt der nächste irgendeinen ab. Versicherung kostet 2400 Dollar ungefähr im Jahr. Vollkasko. Steuern weiß ich jetzt nicht, sind aber teurer wie ein normales Auto, weil du musst ja damit nicht mehr tanken und die müssen irgendwie ihr Geld reinkriegen. Tankfüllung in Deutschland, habe ich mich erkundigt, wenn das Ding an eine Tankstelle rangeht, bumm, die 65 Dollar momentan, 65 Euro oder 65 Dollar, ist ja jetzt auch egal, ist ja fast 1 zu 1 der Kurs und hier kostet es 15. So, da kommt schon der Verkäufer. Ja, I'm ready. Hier ist der Schlüssel und der haut jetzt die Übergangskennzeichen an und dann, ja Schlüssel gibt es nicht mehr, gibt es so eine Checkkarte hier drinnen. Und dann werden wir das Ding jetzt mal gleich in Betrieb nehmen. Ich habe mal Weitwinkel eingeschaltet, weil sonst sieht das hier zu eng aus. So, hätten sie ja auch mal volltanken können, oder? Es sind lediglich 194 Meilen drin. Und wie legt man hier den Gang ein? Hier oben legt man den Gang ein? So, Parkassistent nicht available. Und jetzt fahren wir schon los. Geilo, geilo, geilo. Ich mache erstmal eine ganz kurze Runde über den Parkplatz, bevor ich hier rausfahre. So, meine erste Tesla-Fahrt. Neun Meilen. Da sagt er mir, wo ich gerade bin. Es gibt kein Disclaimer hier vorne. Hier kannst du denn den Tesla laden. Wie viele Meilen hat er denn runter? Oh, der bremst sofort. Du brauchst gar nicht Bremsen durch den E-Motor. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. So. Dann fahren wir hier mal raus. Du machst einen Blinker. Und dann macht er hier die Kamera nach hinten an. Ich glaube, der hat eine ganze Menge Spielzeug. Um es mal so zu nennen. So. Ich sitze das erste Mal am Fessler-Steuer. So. Ich haue hier jetzt noch ein paar technische Daten rein. Und ja. Schöne Grüße. Da bin ich nochmal zurück. Ich muss euch mal sagen, wie der abzieht. Das ist ja, also ich fahre jetzt 44 Meilen und gebe ein bisschen Gas. Aber das ist ja schon, das ist schon ganz ordentlich. Muss ich mal sagen. So. World largest gift shop. Ich muss mich nochmal zurückmelden. Der hat ja so viele Sachen. Und der ist jetzt auf Sport eingestellt. Und der zieht ja sowas von ab. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt mit den Meilen. Und ich drücke jetzt mal ganz kurzes Gaspedal. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Muss ich sagen. So. Was du hier alles einstellen kannst. Da bin ich ja ewig mit beschäftigt. Jetzt wollte ich bei der Autobahn Auffahrt mal Gas geben. Geht der nicht. Weil wir so ein tolles Ampelsystem haben. Was jetzt verhindert, dass ich hier mal ordentlich durchdrücken kann. Mal gucken wir mal. So. Der ist jetzt auf Sportmodus eingestellt. Hat der hier so alle. Hat Autopilot. Charging. So. 186 Meilen komme ich noch. Licht. Display. Trips. Wie viele Trips der bereits gefahren ist. Okay. Sicherheit. Ganz wichtig. Aber wir machen jetzt erstmal. Wo war das hier? Calibration im Prozess. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir machen mal unten rechts so ein bisschen, dass ihr die Meilen seht. Und wenn da oben grün wird, seht ihr das ja. So. Ich hoffe, wir den durchdrücken können. Jetzt fährt der erstmal. Und. Gut. Das ist schon mal. Das macht schon mal Spaß. So. Jetzt macht mal alle Platz hier. So. Jetzt darf aber wohl der Blinker ausgehen. So. Der scheint fertig eingefahren zu sein. Und erkennt hier vorne. Der erkennt sogar die Baustellenhütchen. Den Truck hier auf der rechten Seite. Na. Die nächste Spur nimmt er nicht. Nur den hier. hier. Selbst eine Hütchen. Mal interessant hier. So. Jetzt kommt wieder Hütchen links. Schaut mal. Und. Erkennt ihr. So. Den LKW da vorne. Den da. Erkennt ihr auch schon. Da ist meine Technik. So. Wenn ich jetzt noch den Autopiloten einschalte. Da ist die Taste. Dann wird er wahrscheinlich auch alleine fahren. Dann wird er wahrscheinlich auch alleine fahren. Dann wird er. Dann wird er jetzt noch ein bisschen. Dann kommt wieder Hütchen. Dann wird er einmal mehr drin. Dann wird er. Dann wird er. Dann wird er. Vielen Dank.